Deine Nase, ich könnte da fünf Flugzeuge draufpacken, was redest du da, Mann? Du tropierten Kopf, warte, wir können Hochzeit machen. Was ist das denn? Wie, was ist das denn? Wann läufst du denn mit Dissen rum? Immer. Ich bin ab jetzt Ralo-Büro. Nasen und ein bisschen Gesicht. Was, Nasen? Chill, 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 chill. Ich rede gerade mal. Der Mann ist Deutschverband, das ist kein kleines Kind, Mann. Yo, meine Freunde, was geht ab? Willkommen auf BORDA TV. Mein Name ist Bayram. Wie immer, Bayram bleibt Bayram. Und ich trinke gerne Eieram. Auf jeden Fall, Freunde, ich rede mal wieder viel zu schnell, aber es juckt mich nicht. Es juckt mich nicht. Auf jeden Fall, Freunde, heute werde ich wieder Mehmet-Projekt gehen, indem ich zu ihnen sage, Mehmet, du brauchst auf jeden Fall eine Gesichtsoperation. Dicke hat dein Gesicht, ne? Wallah, ich könnte das bei Flomag verkaufen. Spaß. Auf jeden Fall, Leute, an diese Menschen, die keinen Humor haben, nichts verstehen und direkt in die Kommentare schreiben müssen, äh, wie kannst du sowas machen? Junge, geh nach Hause schlafen und dann geh ich auch schlafen. Auf jeden Fall, Freunde, sonst würde ich sagen, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin auch hessisch, ich weiß. Spaß. Bin ich hübsch? Spaß. Auf jeden Fall, Freunde, sonst würde ich sagen, viel Spaß beim Video, folgt uns jetzt auf den Saramo und sonst würde ich sagen, PEACE. Leute. Ich hab die Kamera aufgecheckt, Freunde, jetzt geht's los. PEACE, PEACE, PEACE. Komm, ich buchse. Kennst du diese Leute, die sie so machen? Junge, du musst so stehen. Und dann BAM. 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 So musst du machen, nicht so was, dass mir mal geklappt hat. Ech子. Spaß. Ich habe Spaß gemacht. Geh rüber essen. Was? Geh rüber essen. Geh rüber? Ja. Was ist das denn? Wie ist das denn? Seit wann läufst du denn mit Teste rum? Ich bin ab jetzt Kalo gekommen. Mehmet, bevor... Warte, lass mich ausreden. Bevor du irgendwas machst. Bevor du überhaupt Teste getragen hast. Bevor du das denn gehabt hast. Frag mich erst mal, ob du das überhaupt da hast. Alter, halt deine Fresse. Die Leute, die damit rennen, die haben schon ein Recht, Digga. Da brauchst du gar nicht quatschen. Wenn ich damit renne, ich renne damit. Das sind Hanus, die damit rennen. Tamam. Solche Giftzweige wie du, Kindergartenkinder, die laufen nicht damit rum. Kleiner Wechsel. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Ja, ich bin doch dein Vater jetzt gerade, Mann. Wie rennst du? Das sind echte Männer die damit rumlaufen. Halt deine Fresse jetzt, Mann. Hör auf. Halt die Fresse. Die Fresse. Was essen? Gibt's zu Essen, Mann. Was Klatschen, Lerien? Oh, das ist ausgerutscht, Mann. Du darfst noch was Personus sagen, Mann. Halb die Fresse, Mann. Das darf nur einer wie ich. Halt die Fresse, die Beine. Hör auf. Red nicht so mit einem, der Testbeträger hat. Wieso? Wer bist du, was für Teste, Mann. Einer, Wichser. Was? Alter, wo hast du Eier bekommen, Alter? Weißt du, was das heißt die Leute, die da mit rumlaufen? Ich zeig dir mal gleich was. Guck mal, pass auf, Alter. Ja, ist klar was für einen Rapper. Komm mal hier. Echt, warte ab! Komm mal hier jetzt! Warte, warte jetzt ab! Was machst du da mal? Ich mach Spaß, du kleiner Wichser! Der Junge, ne? Ich mach erstmal was du da gesagt hast! Kleiner Wichser! So! Mit dieser Kinderjacke! Mit so einer Kinderjacke! Halt die Fresse! Kleiner Wichser! Beide verpiss dich! Warte, ich bekomme Anruf! Schau mal, du kleine Wichser! Du hast es kaputt noch! Das hast du bei ProMak für 2 Euro gekauft! Du doch jetzt! Kleiner Wichser! Hallo? Ja genau, sie sind richtig! Ja, mein Name ist Bayram! Weg mal bitte! Ja genau, mein Name ist Bayram! Wieso denn? Ach, ja, ja, ja! Ich hab mich bewogen gehabt bei Ihnen! Wegen der Schönheitsoperation! Nein, nein! Das ist nicht an mich! Das ist nicht so hässlich aus oder was? Ja, das war mein Bruder! Ja bitte! Ich klär kurz was er lässt! Ja! Mein Bruder Mehmet! Genau! Was? Da muss nur einiges gemacht werden, bearbeitet werden! Eine kleine Baustelle haben sie da auf jeden Fall! Da wollen Sie sich nicht drum herum reden! Ja! Ne, also die Nase auf jeden Fall! Nausgarweiter, Mann! Ja, die Nase 100%! Wissen Sie was? Ja, ja genau! Na, so ein bisschen gesichert! Was ist das? Ich bin doch ohne! Ich rede gerade mal! Der Mann ist deutschverband, das ist kein kleines Kind! Mann! Ich rede hier im Professionell! Guck mal, er hat aufgeliebt wegen der! Boah! Was war das? 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 Hören wir zu? Was war das da? Hörst du mir zu? Das ist es nicht, was ich denke! Setz dich in! Rede mit mir! Setz dich in! Rede mit mir! Komm, du komm mit deinen Lachen aus! Mach nicht Sachen aus! Und mir nicht zufrieden! Ich hab was... Eine Kooperation umgekehrt! Setz dich jetzt hin! Du freust dich auch immer, wenn ich Kooperationen kläre! Also, setz dich jetzt hin! Setz dich hin! Moment! Walla, du küsst meinen Kopf! Nehmen und küssen! Weißt du wie? Soll ich dir zeigen? Nein, komm! Ich zeig dir nicht, wie du das machen willst! Verriss dich, Mann! Kleiner Wichser! Ich zeig dir, wie du das machen sollst, kleiner Wichser! Ich hab doch gehört, dass du schöner zum OP gekreifst, du kleiner Wichser! Kleiner... Boah! Du... 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 Hör zu, Mann! Was warst du da, Mann? Hör zu! Du weißt nicht, was ich geklärt habe! Nein, die Fress... Was hast du... Erstmal die Klasche auf dem Boden, bevor du mit mir redest! Wo ist dein Test mit dem Wasser? Warte mal, warte mal, warte mal! Nein, nein, nein! Ich scheiß mal drauf! Warte mal, warte mal, warte mal! Weißt du, was ich geklärt habe? Ich chill doch! Ich chill doch! Aber die ganze Mutter... Erstaubt dich auch! Was hat... Wie bei einem Stoff ausgemacht! Hast du dich mal im Spiegel angeguckt? Habe ich! Wie... Was kommt dir im Kopf, wenn du dich anguckst? So... Zumindest sehe ich nicht aus wie Beidem! Fertig! Das kommt direkt erstmal in meinen Kopf rein! Fertig! Dann gibt's keine Diskussion! Wie? So wie mich kannst du sowieso nicht aussehen! Weil... Hast du dich mal im Spiegel angeguckt? Weißt du warum? Guck mal, deine Nase, ne? Ich erzähle mal was über deine Nase! Da kann man... Ich zück dich nicht aussehen! Fertig! Da kann man Geschichte... Kleiner Pichser! Ich erzähle dir jetzt eine Geschichte über deinen Beidemetz-Nase! Setz dich hin! Halt die Fresse, Mann! Setz dich hin! Halt die Fresse! Er sagt halt die Fresse! Ruf mal da an! Was hast du da glauben? Ich will das wissen! Ruf mal da an! Rede mal weiter! Ich will... Ich will hören, ob das stimmt! Ruf mal an! Kleiner Pichser! Kleiner Pichser! Du, machst du um Gesicht, Alter! Ruf mal da an! Wer wird? Schätzt du? Ruf mal da an! Rede doch mal weiter, wenn du Eier hast! Mit dein kleiner Pichserbrust geht dem Koffer um, Mann! Kleiner Pichser auf dein Gesicht. Kleiner Pichser hat Gesicht, Alter! Da haben die Fresse, Mann! Du, achten Fuß, Mann! Setz dich mal jetzt hin! Ruf da mal an! Ruf da mal an! Ich schleuter das gegen dein Gesicht! Ruf da mal an! Hey! Ruf da mal an, Mann! Kleiner Pichser! Junge, wie gehst du die ganze Zeit, Mann? Ruf da mal an! Ruf da mal an! Ich will doch nur was erzählen! Gehst du denn? Was jetzt nicht? Hörst du mir zu oder nicht? Hörst du mir zu oder nicht? Ruf da jetzt an! Mehmet, deine Nase! Ruf da jetzt an! Ich könnte, ich könnte 5 Opel Corsa kaufen auf dein... Ruf da jetzt an, hab ich dir gesagt, Mann! Kleine Wichser, ruf da an! Gib mir her! Gib mir her, Meiner! Mach damit kein Spaß, gib mir her! Gib mir her, diese Teile da! Ganz ruhig! Geiner Wichser! Ganz ruhig! Geiner Wichser! Mehmet, ruf da an! Deine Nase! Ich könnte da 5 Flugzeuge drauf parken! Was redest du da, Mann? Geh mal deine Nase ein bisschen operieren! Guck mal, wie groß die ist! Ja, erzähl mir jetzt! Ja, Taman, die Nase hin und her! Erzähl mir jetzt! Was, 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 was willst du machen? Mehmet, weißt du, wie du aussiehst? Du brauchst... Mit deinen Strichlippen, Mann! Schämst du dich mit deinen... Was ist nicht mit deinen Lippen? Was ist das für ein Pferdgesicht? Halt die Fresse jetzt, Mann! Geht vernünftig um mir! Du hast Strichlippen! Erzähl mir, Taman, und jetzt? Ich hab für dich Botox geklärt! Ich hab für dich... Also Botox für Lippen... Ich hab für dich Nasen OP geklärt, damit ein bisschen klein aussieht! Nicht fünf Flugzeuge, da passt dann nur einer statt fünf! Deine grauen Haare müssen da weg! Mit deinem Kuchen aussieht! Komm mal einmal hin! Komm mal einmal hin! Mir reicht jetzt! Komm mal einmal hin! Komm jetzt hin! Komm mal jetzt hin! Komm mal! Du brauchst... Das ist... Brenn damit! Putz mal ein bisschen... Halt die Fresse! Halt die Fresse! Geh mal her! Geh mal her! Ja, erzähl! Was würdest du mir damit sagen? Komm doch hin, wenn du eier! Ja, komm doch hin, wenn du eier hast! Komm doch vor, wenn ich kein Eier habe! Was ist das für ein Gesicht? Wie so ein Pferd! Ich rück auf alles! Wenn ich hab heute fertig gesehen, ich denk, du wärst das! Wallach, ich haram für dein Gesicht! Wallach! Bruder, was sind das für Haare, Mann! Wallach! Sieht aus wie UFO! Weitere, Mann! Wie gerne raus! Vor 6 Uhr, Mann! Nicht Spaß, Mann! Du kleine Dichter! Ich schenk das gleich in den Arschlo rein! Ja, was würdest du mir damit sagen, die ganze Zeit? Komm doch hin, wenn du eier hast, Mann! Geh dir die ganze Zeit... Guck mal! Ich zeig dir jetzt mal was! Du kannst ja grad mit Tespe rein, ne? Geh mal kurz nach hinten! Geh mal kurz nach hinten! Geh mal kurz nach hinten! So kommt ein Mann rein! Wie ein Arabi! Alter, wie hässlich! So kommt ein Mann rein! Der Tespe trägt, Mann! Nicht wie du! Kommst wie ein Schaber mit deinem... Boxershot, was da ist, Mann! So ist ein Mann! Das ist ein Mann! Ja, was würdest du mir damit sagen? Was würdest du mir damit sagen? Was würdest du mir damit sagen? Nein, warte mal! Was würdest du mir damit sagen? Jetzt riecht durch! 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 Komm mal hier! Komm mal hier! Bring mal dein letztes Gesicht hin! Großkenschen! Ja, ja! Bist du so? Ja! Bist du so? Bist du so großkenschen oder so? Ich weiß, was ich meine? Weil diese Hand... Guck mal, diese Hand habe ich getroffen! Guck mal, diese Hand habe ich getroffen! Ja, ja! Ah, was ist das? Komm mal hier! Ah, was ist der? Ah, was ist der? Guck mal! Was ist der? Da ist was! Da ist was! Da ist was! Na, komm mal hin! Da ist was! Was steht da? Ja, ja, ja! Was steht da? Komm mal hin! Was? Ey, nicht so! Abstand! Was willst du mit dir sagen? Was willst du damit sagen, hä? 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 Du tromper im Kopf, warte, 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 warte!